Wie versprochen gibt es jetzt noch einen hoffentlich hilfreichen letzten Tipp von mir zum Thema, wie kannst du Dankbarkeit auch in Beziehungen nutzen. Denn ich bin überzeugt, dass wir Dankbarkeit auch nutzen können, um mehr von den eigenen Beziehungen zu haben. Was man in Beziehungen nämlich beobachten kann, das hat eine ganz starke Analogie zu dem, was ich vorhin gemeint habe, als ich von Dankbarkeit als Kernkompetenz für Wohlstandsgesellschaften gesprochen habe. Auch in Beziehungen kommen wir irgendwann an einen Punkt, wenn denn die wichtigen Dinge passen, dass wir uns an Kleinigkeiten halten und dass wir uns über Kleinigkeiten beim anderen aufregen. Das ist insbesondere in Liebesbeziehungen so. Stell dir das Klischee vor, er lässt irgendwie seine schmutzigen Socken im Bad liegen, sie regt das total auf oder sie stellt irgendwie das Geschirr falsch rum in die Spülmaschine und das gibt dann Riesenärger. Für was stehen denn solche Geschichten, für was steht dieses Klischee? Na, dieses Klischee steht dafür, dass wir auch in Beziehungen, wenn die wichtigen Dinge passen, wenn wir quasi in einer Wohlstandsbeziehung leben, dass dann die kleinen Dinge ganz groß werden. Dann machen wir aus einer Mücke immer einen Elefanten. Aber man könnte ja zu Recht fragen, geht es wirklich um solche Sachen in einer glücklichen Beziehung? Scheitert eine Beziehung wirklich an schmutzigen Socken oder an Geschirr? Das ist doch eher ein Symptom dafür, dass die wichtigen Dinge passen. Denn Beziehungen scheitern in der Regel ja nicht an solchen Kleinigkeiten, sondern eher an sowas vielleicht wie Betrug oder vielleicht sogar auch Gewalt oder dass man sich einfach nicht mag, dass man sich schadet, dass man sich vielleicht auch absichtlich Schaden zufügt oder dass man einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hat, andere Ziele. Vielleicht die eine Person Kinder will, die andere nicht. Das sind Gründe, an denen Beziehungen tatsächlich scheitern können. Aber haben die nicht ein bisschen mehr Gewicht als die dreckigen Socken? Und wie viele Leute schaffen es trotzdem, ihre Beziehung unglücklich zu machen, weil sie sich nur mit diesen dreckigen Socken, symptomatisch für alles, was eben nicht ganz so wichtig ist, stehend, dass sie sich nur mit solchen Dingen beschäftigen. Und das hat mit Dankbarkeit zu tun. Weil das ist ganz offensichtlich, alle wichtigen Dinge passen. Es gibt keine Gewalterfahrungen. Es gibt keinen Hass oder Missgunst in der Beziehung. Also all die wichtigen Dinge sind geklärt. Und dann schauen wir halt auf die kleinen Dinge, die nicht so gut passen, zum Beispiel die schmutzigen Socken. Und Dankbarkeit würde auch hier heißen, das wieder sichtbar zu machen, was mittlerweile so selbstverständlich geworden ist, dass wir uns daran gewöhnt haben. Das sind aber die wichtigen, die fundamentalen Sachen in der Beziehung. Und genau diese Sachen, die machen eine Beziehung stabil und die machen eine Beziehung lebenswert und auch eine Person liebenswert. Und genau darauf können wir uns konzentrieren, wenn wir Dankbarkeit in Beziehungen einsetzen. Was dabei aber komplett aus dem Blick gerät, sind all die kleinen Gesten des Alltags, die eine Beziehung so schön machen können. Alles, was regelmäßig geschieht. Alles, was für eine Person vielleicht selbstverständlich ist und zu einer Beziehung dazugehört. Und dann aber für die andere Person auch sehr schnell selbstverständlich wird und sie das gar nicht mehr sieht, gar nicht mehr wahrnimmt, gar nicht mehr zu schätzen weiß. Und deswegen kannst du dich immer, wenn es bei einer Beziehung auch mal zu Problemen kommt, wenn du mal jetzt gerade in einem Streit zum Beispiel mit einer Person bist, einfach fragen, warum liegt dir eigentlich so viel an dieser Beziehung? Und das muss ja jetzt nicht die Liebesbeziehung sein. Das kann jetzt auch eine Beziehung zum Familienmitglied sein oder eine Freundschaft. Warum liegt dir so viel an dieser Person, an dieser Beziehung? Diese Frage führt dich dann sehr schnell zu den wahren Gründen, nämlich zu all den Dingen, die gut sind und die wertvoll sind und die überhaupt die Ursache dafür sind, dass es dir nicht einfach komplett egal ist. Und genau das kriegst du raus mit Dankbarkeitsfragen. Also wieder gezielt nach den Fragen, was läuft eigentlich gut in dieser Beziehung? Was finde ich eigentlich so schön in dieser Beziehung? Das bringt uns wieder zu den Sachen zurück, die vielleicht irgendwann mal dafür ausschlaggebend waren, dass wir in die Beziehung überhaupt eingegangen sind, dass die Beziehung sich vertieft hat, dass die Beziehung sich entwickeln konnte. Bei der Beantwortung dieser Fragen, insbesondere wenn es mal in einem Streit oder in einem Konflikt sein muss, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück.